Umweltrechtliche Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Das ist mittlerweile eine allgemeine Forderung der umweltrechtlichen Praxis. Aber wie stellt man das sicher? Da gibt es etliche Stellschrauben und eine dieser Stellschrauben wäre eine Reform des Verfahrensrechts. Und dazu unterbreite ich euch heute fünf Vorschläge. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und wenn wir jetzt diskutieren, wie wir das Verwaltungsverfahren reformieren können, dann muss man meiner Meinung nach sich einmal an ein paar Grundsätzen orientieren. Der eine Grundsatz ist, wir wollen damit keinesfalls Umweltstandards senken. Das will niemand. Der zweite Punkt ist, die Verfahren sollen und müssen wahrscheinlich auch ein bisschen transparenter werden. Das fordert der Europäische Gerichtshof im Zusammenhang mit der Aarhus-Konvention. Der dritte Punkt ist, wir sollten die Verfahren besser gliedern, den Behörden hier mehr Instrumente an die Hand geben. Und dazu im Folgenden meine fünf Vorschläge. Der erste Vorschlag setzt sich mit der Kundmachung der Verfahren auseinander. Ich glaube, wir sollten eine zentrale Kundmachungsplattform installieren. Die soll im Internet einfach zugänglich sein, sie soll transparent sein und auch den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entsprechen. Und auf dieser Plattform kann man dann Genehmigungsanträge kundmachen, die Anberaumung der mündlichen Verhandlung und die Genehmigungsbescheide. Bei den Bescheiden ist sehr wichtig, dass dann diese Kundmachung auch eine Zustellfiktion gegenüber jedermann hat, sodass sozusagen eine übergangene Partei nicht mehr möglich ist. Mein zweiter Vorschlag lautet Großverfahren entschlacken. Es gibt im AVG jetzt schon das Großverfahren. Ich glaube, dass man die Eintrittshürde einfacher gestalten sollte. Auch hier soll dann eigentlich das Kundmachung auf dieser zentralen Plattform ausreichen. Und meiner Meinung nach sollte man auch die Fristen etwas straffer gestalten. Mein dritter Vorschlag. Verfahrensgliederung und Verfahrensförderung. Die Behörde muss die Chance kriegen, die Verfahren besser zu gliedern. Schluss des Ermittlungsverfahrens, durch Anordnung der Behörde, wenn die Sache reif ist und ein Wiederaufmachen des Ermittlungsverfahrens nur dann, wenn es die Behörde als erforderlich erachtet. Verfahrensgliedernde Fristen. Das heißt, das Verfahren inhaltlich gliedern und hier eben auch Fristen vorsehen für das Vorbringen der Parteien. Das wäre der Vorschlag. Hier, wenn eine Partei dann später kommt, dann muss sie sich eben frei beweisen, warum sie verspätet ist oder möglicherweise dann eben auch die entsprechenden Kostenfolgen tragen. Mein vierter Vorschlag. Bindung an das Beschwerde vorbringen. Wenn ich eine Beschwerde einbringe beim Landesverwaltungsgericht oder beim Bundesverwaltungsgericht, dann muss ich alles vorbringen. Ein späteres Nachschieben von Beschwerde vorbringen soll meiner Meinung nach nicht mehr zulässig sein. Der fünfte Punkt in eurer Klassiker. Der nichtamtliche Sachverständige. Oft verzögert sich das Verfahren, weil die behördlichen Sachverständigen überlastet sind und keine Zeit haben. Da soll es ein Antragsrecht geben des Projektwerbers bis zum Zeitpunkt der Anberaumung der mündlichen Verhandlung, hier einen nichtamtlichen Sachverständigen zu bekommen. Ja, das sind meine fünf Vorschläge. Die müsste man meiner Meinung nach im AVG, also im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, umsetzen. Und das AVG würde dann auch das Sonderverfahrensrecht, das zersplittert ist, in mehr als 100 Materiengesetze ersetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017